Herzlich willkommen bei der Ruhräule aus Fröndenberg über Themen mit Seba und Rebecca. Jetzt kommt die Folge mit Carsten Schröder. Carsten Schröder, lesefreudig, demokratieinteressiert, Professor. Rebecca, Seba, bin nervös, weil heute ein Professor Doktor kommt. Die waschen auch nur mit Wasser, aber die predigen Wein. Ist heute wieder Sprichwort-Time? Naja, so ähnlich. Jedenfalls wird die Folge heute dann auch einen kleinen Ticken länger, weil wenn man schon mal so einen Professor hat, naja. Sag mal, warum ist Carsten Schröder eigentlich im Podcast? Naja, das ist doch schon irgendwie spannend, wie man so Professor wird und so. Dieses ganze Uni-Ding, da macht man sich ja sonst auch nicht unbedingt so ein Bild von. Ja, das stimmt. Und er findet dabei sogar hilfreich, in Fröndenberg zu wohnen. Obwohl er auch in Köln wohnen könnte, aber Fröndenberg bildet. Alltagsbildung, so nämlich. Ja. Ursprünglich kommt er übrigens aus Norddeutschland, genauer Bremerhaven. Für den Beruf des Sozialarbeiters hat er sich dabei schon früh interessiert und so zunächst im Erzieherjob in Bremerhaven angefangen, wurde dann Sozialarbeiter, Master und Promotion danach in Wuppertal und hat heute eine Professur an der TH Köln. Außerdem hat er eine Tochter und lebt seit 2013 in Fröndenberg. Und jetzt kommen noch ein paar richtige Klischee-Hobbys. Lesen. Und? Lesen. Und? Lesen. Lass mal anfangen. Fang mal an. Carsten, du bist unser erster Professor hier im Podcast. Der erste Professor, den wir hier aus Fröndenberg zu Gast haben. Und das bist du seit letztem Jahr in der TH Köln. Was sind die wichtigsten Stationen gewesen, um dieses Amt, sagt man Amt, zu bekommen? Ja, die wichtigsten Stationen. Da gehe ich natürlich so ein Stück weit immer auch zurück in meine Biografie. Und natürlich ist zum einen da die Doktorarbeit zu nennen, die mich über lange Jahre begleitet und auch mich biografisch sehr geprägt hat. Wie lange hast du da rumgedoktert an der Arbeit? Ja, vier Jahre insgesamt. Also drei Jahre geschrieben und drei Jahre, ein Jahr den formalen Prozess, also mit Disputation und so weiter. Bis sich dann die Urkunde in der Hand hielt mit Summa Cum Laude. Gauerte das dann auch nochmal insgesamt ein Jahr, muss man sagen. Also waren das insgesamt vier Jahre, aber es waren auch sehr intensive Jahre, muss ich sagen. Was war das Thema? Ich habe mich mit dem Thema Emotionen und professionelles Handeln in der sozialen Arbeit beschäftigt, weil ich habe ja eine Professur eben halt für Wissenschaft soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt strukturbezogene Handlungspraxis. Also das heißt, strukturbezogene Perspektiven zum professionellen Handeln. Man könnte auch sagen, die sozialpolitischen Grundlagen professionellen Handelns in der sozialen Arbeit. Okay, da reden wir glaube ich später auch nochmal drüber. Ja, gerne. Das ist ein sehr spannender Aspekt. Wir bleiben nochmal kurz in deiner Vita. Also du hast dann promoviert und bist dann, also ich habe ja gefragt, was waren die wichtigsten Stationen? Was war wichtig? Also erstmal die Universität Wuppertal, wo ich promoviert habe und eben halt auch da die ersten Erfahrungen, die ich im akademischen Feld machen konnte und durfte. Also mit vielen Vorträgen, viele Konferenzen besuchen. Ich habe viel publiziert in der Zeit. Und das ist, ich sage mal, sehr grundlegend für mich gewesen, weil ich von vielen Menschen dort auch begleitet wurde, die mir viel geholfen haben. Also eine Doktorarbeit schreibt man ja nicht nur alleine an den Schreibtisch. Also natürlich die meiste Zeit ist man am Schreibtisch alleine, aber gedanklich hat man immer ein Netzwerk, was einem hinter einem steht. Und ohne dieses Netzwerk ist das schwer zu bewältigen, muss man durchaus sagen. Und dieses Netzwerk, das hatte ich. Das war gut, dass ich das immer wieder spüren konnte, weil damit sind immer wieder auch Herausforderungen verbunden, wo man am liebsten alles in die Ecke schmeißen will. Und vielleicht kennen das auch viele ZuhörerInnen, die Studierende sind oder SchülerInnen sind, dass man an einem Punkt manchmal kommt, wo man denkt, was schreibe ich da überhaupt und alles in die Ecke werfen. Aber genau da braucht man an der Schnittstelle eben halt Menschen, die einen unterstützen. Das war gut, gute Erfahrung. Und die setzte sich tatsächlich eben halt auch fort an der Technischen Universität Dortmund, an der ich dann nach meiner Promotion lange Jahre gearbeitet habe, in dem ich natürlich auch viel geprägt habe. Und so als wissenschaftlicher Mitarbeiter erstmal die Sporen verdient, oder? So ungefähr, ja. Also man etabliert sich dann natürlich auch mit der Zeit im Feld. Auf der einen Seite ist es natürlich ein hochprekäres Arbeitsfeld, auf der einen Seite. Also das heißt, es war jetzt kein Wurstandsleben in der Phase? Nee, auf keinen Fall. Also bis man eine Professur hat, ist man eigentlich fast die ganze Zeit immer nur befristet angestellt. Ja gut, aber auch da muss man sagen, baut man sich ein Netzwerk auf. Und ich habe halt gemerkt, dass diese Netzwerke schon wichtig sind, neben dem, was man wissenschaftlich eben halt macht. Und deswegen ist es auch unabdingbar gewesen, dass man Konferenzen besucht, die Leute kennenlernt. Also ich habe da sehr viele Menschen kennengelernt, mit denen ich auch schätzen gelernt habe. Und für mich, genau, war das da auch eine gute Erfahrung, wo ich mein Profil auch nochmal schärfen konnte, weil ich habe natürlich dann auch nochmal weitergearbeitet an dem Thema meiner Doktorarbeit, zum Thema Emotionen. Da steigen wir ja gleich auch nochmal tiefer vielleicht ein. Und auf der anderen Seite eben auch mit dem Thema Demokratietheorie oder auch Politik und Partizipation. Das sind so drei Begrifflichkeiten, wo ich mir ein zweites Standbein mit aufgebaut habe und jetzt momentan an dem Punkt bin, dass ich mich mit dem Feld von Kindheit, Kindheitsforschung ganz viel beschäftige, mich mit dem Thema politische Subjektivität befasse, also politische Subjektivität in der Kindheit. Also was bedeutet das eigentlich, könnte man sagen. Okay, dann werden wir nochmal kurz ein bisschen bei diesen strukturellen Sachen. Ich habe vorhin gesagt, Professur, ist das eigentlich ein Amt? Also man wird ja Professor nicht einfach irgendwie per Initiativbewerbung, sondern ich glaube, man muss berufen werden und so. Kannst du da mal den Leuten, die nicht so hochschulnah sind, drei, vier Sätze zu sagen, wie das eigentlich funktioniert? Ja. Habe ich da jetzt in was gestochen? Ja, weil die Bewerbungsverfahren, die man sonst so in den Arbeitsverhältnissen, die wir kennen, ich sage jetzt mal so zeitlich denkt, die dauern vielleicht so ein, zwei Monate. So ein Bewerbungsverfahren für eine Professur dauert ein bis zwei Jahre. Wie läuft das ab? Ja, also ich muss mich drauf bewerben natürlich und dann hört man erstmal lange Zeit gar nichts, weil das ja auch ein total hochformalisierter Bereich ist. Das ist ja zum Beispiel nicht ein Job wie jeder andere. Man bewirbt sich auf einen Lehrstuhl, richtig? Man bewirbt sich auf einen Lehrstuhl quasi, ja, richtig. Also es ist jetzt nicht so, es ist ein Amt, weil man natürlich auch in der Behörde arbeitet, natürlich, weil man ja auch beim Land NRW angestellt ist. Aber in erster Linie ist es für mich erstmal, so wie ich es erlebe, erstmal ein Job, den ich mache und natürlich auch viel Verantwortung trage. Also dazu können wir auch gleich nochmal ein bisschen ausführlicher kommen, aber erstmal, wie kommt man da eigentlich hin? Oder wie läuft so ein Bewerbungsverfahren ab? Also ich bewerbe mich erstmal in der Regel sechs bis acht Wochen nicht, dann kommt die Einladung und oder auch nicht. Das war sehr unterschiedlich. Also ich habe häufig Einladungen bekommen, aber manchmal eben halt auch nicht. Es ist sehr unterschiedlich gelaufen. Gut, aber positiv ist erstmal, meistens habe ich Einladungen bekommen und bin dann quer durch Deutschland gereist, um mich dann vorzustellen. Dann stellt man sich nämlich vor, durch einen Vortrag, der in der Regel zwischen 20 und 40 Minuten dauert. Das ist dann erstmal meistens eine Vorlesung, also quasi eine Probevorlesung, wo dann die HörerInnenschaft der Hochschule beteiligt ist. Und in der Regel sitzen da nur zwischen 60 und 100 Menschen. Das ist auch sehr unterschiedlich. Ja doch, ich hatte auch schon weniger. Stimmt, ich hatte schon weniger. Es waren nochmal nur 20 da. Aber auch ganz entspannt dann. Und nach diesem, nach dieser Probevorlesung wird man dann noch eingeladen zu einem persönlichen Gespräch und das dauert dann auch nochmal so eine Dreiviertelstunde. Genau. Und dann spricht man nochmal so über die Ideen, die man mit der Professur verbindet. Und dann ist man nach circa zwei Stunden ungefähr, ist man dann da raus. Okay, und das machen hier mehreren Kandidierenden oder BewerberInnen. Und was passiert dann? Mhm. Ja, da muss man abwarten. Das dauert natürlich am längsten erstmal ganz lange doch gar nichts. Weil das natürlich, das merke ich ja auch selber, wo ich jetzt selber auch solche Prozesse leite, weil da eben halt ein großer Aufwand mit verbunden ist. Dieser Prozess ist einfach total hochformalisiert und das ist ja auch richtig so, damit man eben halt allen BewerberInnen die gleichen Chancen gibt. Deswegen ist das auch hochformalisiert. Und das ist auch richtig so. Deswegen dauert das eben halt auch so lange. In der Regel zwischen drei und sechs Monaten. Und dann bekommt man halt eine positive Antwort mit Glück. Wir möchten gerne, dass sie bei uns arbeiten. Und dann sagt man entweder ja oder nein. Und natürlich sagt man meist oder die meisten sagen ja. So wie ich. Im Fall der TH Köln. Und dann dauert das aber auch nochmal so drei, vier Monate, bis man dann die Möglichkeit hat, dort angestellt zu sein. Und dann wird man berufen oder wie läuft das? Richtig, man bekommt eine Urkunde darüber, dass man berufen ist oder berufen wird. Und dann ist man Beamter? Und dann ist er erstmal Beamter auf Probe. Die dauert auch ein Jahr. Und nach diesem Jahr, wenn man dann seine pädagogische Eignung bewiesen hat, dann wird man auf Lebensdauer. Das heißt, du bist noch in der Probezeit? Nö, ich bin durch. Ah, bist durch. Naja, seit dem ersten vierten. Und du hast vorhin gesagt, das Leben dem Weg zur Professur war durchaus ein bisschen prekär, nicht unbedingt von Reichtümern geprägt. Ist so ein Professorengehalt so, dass das angemessen ist für das, was man da leisten muss? Oder? Ach, ja, das ist so. Ich würde sagen, es gibt für mich mehrere Perspektiven darauf. Klar kriege ich eine differenzierte Antwort hier von dem. Ja, 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 das ist richtig. Also, weil ich das Lohnverhältnis gerade als ein solches wahrnehme, was in eine Schieflage geraten ist. Und ich für mich dann sage, ja, okay, es ist für mich ein gutes Gehalt zum Leben. Aber ich sehe das sozusagen ja auch gleichzeitig in meinem Gehalt im gesellschaftlichen Kontext. Und darüber denke ich tatsächlich auch sehr, sehr viel nach. Was ist sozusagen jemand in der Bildungsindustrie wert im Vergleich zu? Naja, wir haben zum Beispiel, also zum Beispiel wird handwerkliche Arbeit anders bezahlt, um das jetzt erstmal so ganz vorsichtig auszudrücken, als die geistigen Tätigkeiten. Also diese werden ja in der Regel viel, viel höher vergütet. Und dazu kommen dann eben halt auch noch jene Berufszweige, die gesellschaftlich hoch anerkannt sind. Das sind nun mal meistens diese Bürojobs, wo man geistige Tätigkeiten vollzieht und eben halt auch sehr, ich sag mal, die Berufe, die insbesondere sehr weiblich geprägt sind oder auch weiblich markiert sind, wie beispielsweise Pflegeberufe, insgesamt auch soziale Arbeit, da ist das schon beobachtbar, dass diese im Vergleich zu vielen anderen Jobs eben halt schlechter bezahlt sind. Obwohl, wenn ich mir beispielsweise dann eben manche Arbeitsfelder anschaue, wie im Kinderschutz oder auch in der Heimerziehung und so weiter, das sind krass anstrengende Berufe. Also da habe ich nicht meine mathematische Formel, wo ich weiß, was am Ende rauskommt. Ich habe da ja eben halt lebendige Menschen vor mir sitzen und ich kann nicht diese, ich sag jetzt mal, was in der einen Situation richtig ist, kann in der anderen Situation wieder falsch sein. Also muss ein Handeln ja auch revidieren können, muss es reflektieren können. Und die Ansprüche, die auch Menschen an ihr eigenes Leben haben, sind ja auch nicht ohne. Und Menschen dabei zu unterstützen und zu helfen, ihre eigenen Lebensansprüche zu realisieren, das ist anstrengend. Also weil es nicht den einen richtigen Weg dafür gibt. Und wenn man das in den Kontext setzt, dann ist die Frage, was ist angemessen, das Gehalt vielleicht doch nochmal ein bisschen anders zu beantworten, als wenn man nur auf sein eigenes Auskommen guckt. Richtig. Danke. Spannende, differenzierte Antwort. Bevor wir gleich die Eulenspiegelpause machen, vielleicht noch eine Behind-the-Scenes-Frage, weil ich glaube, was diese Episode hier beitragen kann, ist Menschen, die noch nicht so einen großen Zugang zur Uni haben oder das vielleicht in ihrem Leben nie haben werden, weil sie einen anderen Weg eingeschlagen haben. Was weiß fast niemand über das Leben an einer Uni als Professor? Was weiß ich nicht. Ja, einfache Fragen kann ja jeder stellen. Ja, ja, ja. Einfach und klar formulierte Fragen kann auch jeder stellen. Also du fragst mich eigentlich, was auf der Hinterbühne so eigentlich abläuft. Ja, ja. Worüber macht sich eigentlich niemand ein Bild, was aber total irgendwie da ist? Der Job ist anstrengender, als man denkt. Man sitzt also nicht die ganze Zeit philosophierend im Büro, guckt aus dem Fenster und schwingt ein Glas Rotwein. Ich habe manchmal den Eindruck, dass ProfessorInnen unterstellt wird, dass sie faul sind. Dass sie ja eben halt, wenn sie ihre Vorlesungszeit haben, dann ihre Vorlesung machen etc. etc. Aber dann auch nicht mehr machen. Die eigentliche Arbeit beginnt häufig auch tatsächlich dann auch erst in der Vorlesungsfreien Zeit, also wo man, wo ich natürlich innerhalb der Vorlesungszeit auch zu 100% für die Studierenden da bin. Und meine Vorlesungen und auch meine Seminare mache und in der Vorlesungsfreien Zeit sitze ich in der Tat dann am Schreibtisch und schreibe Texte. Bin auf Konferenzen, mache die Prüfungen fertig, bereite das nächste Semester vor und schreibe Forschungsanträge. Also das sind alles schon so Sachen, wo ich mir denke, ich weiß gar nicht mehr wohin mit meiner Zeit. Forschungsanträge heißt, wenn du was forschen willst, brauchst du eigentlich Drittmittel dafür oder so. Ja, richtig. Das ist glaube ich auch was, was man nicht so auf dem Schirm hat, dass es in der Forschung ziemlich viel auch um Gelder geht, die man irgendwie akquirieren muss. Ja, absolut, absolut. Doch, also das sind nicht wenige, die man schreibt und sind auch häufig, man muss häufig damit rechnen, dass diese abgelehnt werden. Also ich würde mal sagen, die Ablehnungsquote ist relativ hoch, aber wie hoch genau sie ist. Also bei der DFG weiß ich, dass sie bei 70 bis 80% liegt. Bei was? Bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Wenn man da Anträge stellt, dann sind das around about 70 bis 80% Anträge, die abgelehnt werden. Danke. Vielen Dank auch für diese ganzen Insights in deine Biografie und in das Leben an der Hochschule und wie man da so hinkommt. Wir machen jetzt eine kurze Pause, also ich, du nicht, weil du bist weiter gefragt, nämlich von Rebecca im Eulenspiegel. Genau, jetzt kommt der Eulenspiegel, wo wir nochmal ein bisschen Fröndenberg aus deiner Sicht kennenlernen wollen. Dazu stelle ich dir jetzt drei Fragen, drei kurze Antworten von dir. Bist du bereit? Ja, auf jeden Fall. Dann kommen wir auch schon zur ersten Frage. Das ist dein liebster Ort in Fröndenberg? Mein Zuhause. Ja doch, gute Antwort, aber du kannst gerne noch ausführen. Ja, okay. Also mein Zuhause, weil das der Ort ist, an dem ich mit den Liebsten dort zusammen sein kann und eine schöne Zeit verbringe. Und dann die zweite Frage schon. Das geht so nur in Fröndenberg. Ja, Natur und Entspannung erleben in einem schnelllebigen Alltag. Das ist für mich wichtig, weil ich Fröndenberg als mein Zuhause definiere und merke, wie sehr man doch in diesen schnelllebigen Zeiten, in denen ich mich bewege, doch hier immer wieder, sag ich mal, meinen Ruhepool finde, wenn ich Spaziergänge mache. Also wenn ich mich mit Menschen, mit den liebenden Menschen in meinem Umfeld treffe. Also deswegen wertschätze ich Fröndenberg wirklich sehr. Ja, und dann auch schon zur letzten Frage. Das ist eine kuriose Sache, die du in Fröndenberg mal erlebt hast. What the fuck? Da fällt mir nix ein, ey. Irgendetwas. Sind dir mal die Vorwahlen aufgefallen? Ja, 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 alles gut. Nee, nee, ich gucke und suche gerade in meinem Alltag. Ja doch, das Hochwasser 2021. Das ist das Verrückteste, was uns hier widerfahren ist. Also wo wir davon überrascht wurden, wie viele andere. Wart ihr davon auch persönlich betroffen? Ja, 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 wir hatten das Haus, in dem wir lebten, in Warmen, war, ja, draußen war ein Meter dreißig an der Wand, haben wir gemessen und innen drin waren es roundabout, ein Meter. Meter Wasser hatten wir in den Kellerräumen und im Arbeitstimmer und so weiter. Das war schon, das war schon krass. Aber das Verrückte vielleicht auch daran war dann, das berührt mich immer noch total, die darauf folgende Solidarität, die wir erfahren haben. Etwas Verrücktes, aber sehr positiv Verrücktes vielleicht, muss ich sagen. Das war ich. Ja, das war es auch schon wieder mit dem Eulenspiegel und damit zurück zum Gespräch. Danke, Rebecca, für den Eulenspiegel. Und jetzt, lieber Carsten, frage ich dich, nachdem du uns gerade so eine erfrischend basisnahe Antwort quasi gegeben hast hier von Merck und vorher uns aber von diesem, ich sag jetzt mal aus Sicht von Menschen, die da nicht so viel mit zu tun haben. Und ich habe ein bisschen was damit zu tun und es ist für mich trotzdem irgendwie weit weg, also aus dieser hochtrabenden Uni-Welt heraus. Wie bewerkstelligt man das, intellektuell nicht abzuheben? Wie bleibt man irgendwie sprachfähig auch für Menschen, die man beim Friseur trifft, um nicht irgendwie abgehoben zu klingen? Ich glaube, dass viele dort unterschiedliche Strategien haben. Was ist deine, fragen sich die Menschen jetzt. Ja, ich möchte darauf hinweisen, dass es eben halt auch Menschen gibt, die das wirklich, die da keine Strategien haben, die eben halt tatsächlich auch sagen, naja, Wissenschaft hat ihren Anspruch und das sehe ich auch, dass durchaus ein gewisser Anspruch damit verbunden ist. Aber in der Tat bin ich auch gefordert, Zusammenhang mit den Seminaren, meine, ich sag mal, philosophischen, soziologischen und auch erziehungswissenschaftlichen Schriften so runterzubrechen, dass Menschen, die es auch verstehen können, die mit dieser Sprache einfach noch nicht vertraut sind. Und ich würde das auch so markieren wollen, dass wenn ich Wissenschaft betreibe, ich eben halt auch eine gewisse Sprache mir aneigne und diese natürlich auch reproduziere in meinem Schreiben. Ich will das mal unterstreichen, weil es klang jetzt gerade so flapsig, wie ich gefragt habe. Ich glaube tatsächlich auch, wenn man sich mit solchen Themen und in solchen Sphären begibt, dann lernt man eigentlich eine neue Sprache. Und wenn ich dann in meine Heimatsprache sozusagen zurückkehre oder in andere Sprachgebiete gehe, dann muss ich eben anders reden, sonst verliere ich da irgendwie die Menschen und die Themen kommen nicht mehr rüber. Das stimmt, richtig, richtig. Also wenn ich dann mit den Studierenden darüber spreche, was meint Hegel mit der Begrifflichkeit Selbstverwirklichung in Allgemeinheit, dann ist das erstmal ein hochphilosophischer Begriff oder auch eine Phrase, über die man dann eben halt auch mal anderthalb Stunden sprechen kann. Alleine darüber. Das ist aber tatsächlich ja auch wichtig, um mit Studierenden eben halt auch Ideen über den Wert des Sozialen in unserer Gesellschaft zu sprechen. Und die ist ja nun mal momentan ja auch sehr aufregend, spannend und herausfordernd, die Zeit. Voll. Deswegen denke ich, dass eben auch mit solchen, ich sag mal, philosophischen Fragestellungen, auch soziologischen Fragestellungen, man sich erst einmal immer auch Gesellschaft erschließen muss. Okay, und was ist jetzt sozusagen dein größter Trick, um immer wieder sprachfähig zu bleiben in einer Richtung? Mit ganz alltäglichen Beispielen herbeizukommen und von diesen Beispielen aus ein immer, ich sag mal, abstrakteres Niveau zu betreten. Und so lernen die Studierenden auch strategisch bei mir eben halt sich vom Alltag aus auf diese philosophische Ebene hin zu arbeiten. Und das ist eine gute didaktische Strategie eben halt auch, wo die Studierenden mir auch häufig sehr dankbar sind. Danke. Ja, ich erlebe ganz oft auch so im Kolleginnenkreis oder so, wenn dann bestimmte Fachdiskussionen geführt werden, wo ich denke, warum müssen wir uns jetzt so gewählt ausdrücken? So, nicht alle sind gerade in den Theorien, um die es dann manchmal geht, so Firmen und ich habe dann auch manchmal das Gefühl, dass sich Leute da gerne hinter diesen Worten verstecken oder so einen Anschein damit aufbauen von besonders gewählt ausdrücken und gebildet wirken, der eigentlich davon ablenkt, dass wir auch was Produktives damit unternehmen wollen und sollten. Ja, absolut. Natürlich. Also du kannst natürlich eben halt auch dich hinter der Theorie verstecken. Bloß wenn ich jetzt aus meiner sozialwissenschaftlichen Perspektive eben halt auch auf Gesellschaft blicke, dann blicke ich ja immer auch auf gesellschaftliche Praktiken und Praxen. Das heißt eben, ich blicke ja auch auf die gesellschaftliche Realität und kann dann ja eben halt auch beobachten, was geht hier ab, sodass ich eben auf der einen Seite die sozialstrukturellen Bedingungen des sozialen Lebens in den Blick bekomme und einerseits, das ist eben halt mein Forschungsgebiet derzeit, dass ich eben halt vom Alltagsleben aus schaue, wie konstituiert sich eigentlich Alltag, was bedeutet Alltag für Menschen überhaupt und von diesen ganz konkreten Ebenen aus eben halt so auf der einen Seite empirisch forsche und auf der anderen Seite natürlich auch theoretisch forsche. Apropos Alltag, du hast eine Professur an der TH Köln, wohnst aber in Fröndenberg. Warum? 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 Warum, ja. Man könnte sagen, wir ziehen jetzt mal eben in die coole Metropole Köln oder um Köln herum. Schön nach Ehrenfeld, bisschen Hipster sein und aber tagsüber Professor. Ja, das liegt in der Tat daran, wenn wir, ich bin ja nun mal eingebunden in eine Familie und ich kann auf der einen Seite jetzt nicht von meiner Familie einfach erwarten zu sagen, ey, du hast einen coolen Job, jetzt ziehen wir sofort alle um, sondern das muss man natürlich eben halt auch besprechen, wie alle Familienmitglieder dazu stehen. Und meine Tochter, die ist fünf Jahre alt und die hat gesagt, sie möchte nicht umziehen, weil sie sich hier in Fröndenberg einfach total wohl fühlt. Und ich dann auf der anderen Seite denke so, ja klar, sie hat auch Mitbestimmungsrecht und sie hat auch ein Recht auf ihr Leben. Und das muss ich halt, oder haben wir als Eltern ernst genommen und halt auch gesagt, ja gut, da hat sie ein Recht drauf und wir können es ihr nicht einfach nehmen. Und deswegen sind wir hier geblieben und bereuen es auch nicht, muss ich sagen. Wie oft fährst du nach Köln? Oft genug. Also eher jeden Tag oder eher jeden zweiten Tag? Und wahrscheinlich kommt es auch ein bisschen auf andere Vorlesungen oder nicht? Es kommt immer drauf an, ja richtig. Also es gibt, es gibt Wochen, da bin ich jeden Tag da. Es gibt aber auch Wochen, da bin ich nicht jeden Tag da. Und das ist auch gut und richtig so. Also bin ich mal dreimal in der Woche in Köln. Aber dann übernachte ich da meistens eben halt auch. Und es gibt in der Vorlesungszeit, da reduziert sich das natürlich eben halt auch. Da bin ich dann ein bis zweimal in der Woche da. Das heißt aber nicht, dass ich nicht arbeite. Das muss man tatsächlich auch sagen. Weil ich natürlich mega viel publiziere. Also ich habe jetzt, ja, ich habe schon über 40 Artikel in meiner wissenschaftlichen Karriere und ein Buch publiziert. Und das ist schon ziemlich viel, muss ich sagen. Und das kann man natürlich auch am heimischen Schreibtisch schreiben. Das muss nicht an dem Hochschulschreibtisch in Köln sein. Ja, das Problem ist immer, wenn ich in der Hochschule bin, dann werde ich stark frequentiert halt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Da kommst du halt auch nicht zur Ruhe. Also es ist egal, ob ich die Tür zu oder auf habe. Ja genau. Also für sowas braucht man Ruhe. Punkt. Das weiß jeder, der auch schon mal eine dreiseitige Hausarbeit geschrieben hat. Dass man zum Schreiben ein bisschen Konzentration benötigt. Absolut. Du hast von deinen Forschungsarbeiten und Aufsätzen erzählt. Da taucht in den Überschriften ein Wort immer wieder auf und das ist Emotionen. Was sind Emotionen und warum hast du dazu geforscht? Also Gefühle, ich würde es immer erstmal mit dem Oberbegriff Gefühle beschreiben. Ist das gleichzusetzen, Emotionen und Gefühle? Nicht, nein. Okay, aber trotzdem der Oberbegriff Gefühle. Ich würde es erstmal mit dem Oberbegriff Gefühle umschreiben wollen. Genau, weil die Oberbegriff Gefühle umschreibt eben halt auf der einen Seite das Involviertsein des Subjekts in die Welt. Aha. Könntest du das nochmal dem Friseur sagen? In mir? Also für den Frisiersalon. Und nicht nur Hochschulmenschen sitzen. Ja, richtig. Also wir sind nun mal eben Menschen, die in dieser Welt leben. Wir sind also in diese Welt involviert, indem wir Kleidung tragen, indem wir trinken, essen, indem wir Beziehungen vollziehen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist diese Welt, in der wir leben, einfach nicht neutral. Weil wir uns natürlich auch zu dieser Welt, in der wir leben, also wie sich etwas anfühlt, natürlich dann in diesem Fühlen eine Positioniertheit eines Menschens sich Ausdruck verschafft. Das heißt also, wir sind affektiv umgriffen auch von dieser Welt. Affektiv umgriffen? Mhm. Affektiv betroffen, könnte man auch sagen. Und wenn man das mal mit nicht so lateinisch klingenden Vokabeln ausdrücken wollte. Genau. Das ist tatsächlich diese Positioniertheit. Also das heißt, wie sich diese Welt, in der wir leben, auch anfühlen. Also wenn wir beispielsweise einen Konflikt mit einem anderen Menschen austragen und Wut empfinden, dann bringt eben halt diese Wut zum einen zum Ausdruck, wie ich zu dieser anderen Person gerade stehe. Also Wut oder das Gefühl der Wut ist dann eben halt auch eine, also in der Dimensionalität betrachtet. Dann noch eine Form der, oder kann eine Form der Emotionen sein. Mhm. Weil Emotionen durchschießen uns situativ und prägen auch die Handlungsmöglichkeiten. Ja. Und jetzt wird es spannend, weil ich sag mal zu erklären, was Emotionen und Gefühle sind, das könnte Wikipedia vielleicht auch noch irgendwie hinkriegen. Aber du nimmst diese Emotionen und überträgst sie auf die, oder forschst zu den Auswirkungen auf professionelles Handeln in der sozialen Arbeit, richtig? Absolut, ja, richtig. Also was bedeutet zum Beispiel Scham und Beschämung? Wie spiegelt sich Scham und Beschämung in der professionellen Handlungspraxis sozialer Arbeit wieder? Eben halt aber auch im gesellschaftlichen Leben insgesamt. Hast du da ein Beispiel, wie sich das niederschlägt? Naja, zum Beispiel, wenn das, was Menschen immer wieder berichten, das zeigt sich in vielfältigen, empirischen Studien, sich dafür schämen, wenn sie ihren Job verloren haben. Und Menschen morgens aufstehen, so tun, als würden sie zur Arbeit gehen, obwohl sie vor zwei Wochen ihren Job verloren haben, um gegenüber Familie und Nachbarschaft das Bild aufrecht zu erhalten. Man ist in Arbeit involviert. Dafür gibt es empirische Beispiele. Also es ist eine Realität, in der wir auch immer noch leben. Das heißt, das Gefühl, beschämt zu sein, löst in mir einen Verletzlichen Handlungsimpuls aus, der eigentlich völlig dämlich ist oder irrational ist. Erstmal fühlt man Scham darüber, dass man arbeitslos ist und möchte es nicht anderen sagen, weil es eben halt eine Form der Vulnerabilität, also der Verletzlichkeit eines Menschen darstellt. Also ich habe keine Arbeit mehr, ich verliere damit auch einen gewissen Status. Und das öffentlich zu machen in der Nachbarschaft ist für manche Menschen halt einfach total beschämend. Auch gegenüber der eigenen Familie. Das zu äußern, kann natürlich auch in seiner Wirkung sehr beschämend sein. Und deswegen kommt es dann eben halt auch zu solchen Handlungen von Menschen, die sich ja vielleicht auch damit erst einmal Luft verschaffen, um darüber nachzudenken, wie man das den Menschen jetzt beipult. Irgendwann kommt es raus. Und im professionellen Handeln, welche Auswirkungen haben Gefühle da, wenn ich Sozialarbeiter bin? Naja, zum Beispiel, wenn ich jetzt so von Situationen, ich habe das ja empirisch bearbeitet, wenn beispielsweise Fachkräfte in der sozialen Arbeit ein Kind im Alter von sieben Jahren in der Heimerziehung ins Büro rufen und dieses Kind von zwei erwachsenen Menschen dafür angemeckert und angebrüllt wird, warum es nicht erzählt hat, dass es in der Nacht in die Hose gemacht hat. Das ist für ein Kind ein Erlebnis, wo ich dann ja auch so eine Beobachtung durchgeführt habe, wo dieses Kind wirklich auf diesem Sitz, in dem es saß, dann auch zusammengesunken ist und sich klein gemacht hat. Das war wirklich auch schwer auszuhalten, muss ich sagen. Aber das habe ich eben halt als eine Form der Beschämung rekonstruiert, wo das Kind eigentlich ohnmächtig war und keine Möglichkeit hatte, sich in irgendeiner Art und Weise zur Wehr zu setzen, sondern eben halt nur noch die Möglichkeit hatte, angefangen zu weinen. Also es war für das Kind keinen anderen Ausweg und das sind dann eben solche Akte der Demütigung, der Unterwerfung, die auch dann dazu führen, dass Kinder dann nicht mehr anders wissen, wie sie sich verhalten sollen. Also es hätte auch sein können, dass dieses Kind ausrastet und die Bude da auseinandersetzt. Dieses Kind hat angefangen zu weinen. Und solche beschämenden Akte beispielsweise dann eben halt empirisch zu erarbeiten und das natürlich dann auch mit den Fachkräften auch zu reflektieren. Und Handlungsoptionen aufzuzeigen. Und Handlungsoptionen. Das habe ich beispielsweise gemacht und das war auch sehr erfolgreich. Ich habe auch zum Thema Kinderrechte auch ganz viel gearbeitet, wo ich mit Kindern aus der Heimerziehung, das war ein großes Forschungsfeld für mich, oder auch im Praxisfeld, wo ich mit Kindern über ihre Rechte gesprochen habe, die sie in der Heimerziehung haben. Auch ein hoch emotionalisiertes Feld im Endeffekt. Ein Freund von mir hat seine Promotion über die Frage geschrieben, inwiefern Kinder auch schon ab kleinstem Alter an sie betreffenden medizinischen Entscheidungen mitwirken können, sollten, müssten. Hoch komplex, hoch spannend und ich glaube hoch wichtig darüber nachzudenken, Kindern mehr Rechte zu geben. Absolut. Doch, aber wir leben ja nun mal in einer erwachsenen Welt. Ja. Das ist ja nun mal so. Und die Räume für Kinder, um mitzuentscheiden, sind relativ klein und sie werden ja auch, sie sind ja auch institutionalisiert. Also beispielsweise häufig dann eben halt an Orten, wo Kinder sich aufhalten. Also in einer Tageseinrichtung. Ja, da dürfen sie mal entscheiden, welche Farbe die Gardine haben kann und so. Richtig. Zum Beispiel. Oder in der Schule. Da findet es meines Erachtens aber halt auch zu wenig statt. Oder auch in der Kinder-Jugendarbeit. Woran? Aber auch Heimerziehung und so weiter. Man könnte halt sagen, naja, eigentlich müsste es viel weiter sein. Also eigentlich müssten Kinder genauso wie Erwachsene Möglichkeiten haben, sich äußern zu können, öffentlich. Woran liegt das, dass da noch so viel Luft nach oben ist? Nur daran, dass es eine von Erwachsenen gestaltete Mitbestimmungsspielwiese für Kinder ist oder Jugendliche? Oder woran liegt das noch? Das hat mit dem Bild von Kindern zu tun, wie wir auf Kinder blicken. Also Kinder sind häufig aus der Perspektive von Erwachsenen noch nicht ganze Erwachsene. Sie müssen ja noch zu Erwachsenen werden. Und da werden sie eben halt auch betrachtet als welche, die eben halt nicht über das gleiche Rationalitätsvermögen verfügen wie Erwachsene beispielsweise. Und daran werden sie dann ja auch gemessen. Das ist eigentlich eine Bevormundung. Ja, richtig. Weil sie eben halt als Kinder einfach ihre eigenen Bedarfe und Bedürfnisse haben. Und das ist ja auch in Ordnung. Und das ist ja auch richtig. Den Raum kriegen sie ja beispielsweise in Kindertageseinrichtungen, wo sie auch mehr Räume zur Bewegung haben. Aber das ist halt einfach alles total stark institutionalisiert. Also der ganze Straßenverkehr ist ja einfach so ausgelegt, dass er eben halt für, ich sag jetzt mal, Autos, kapitalistische Produktion und so weiter, ja nun mal da ist. Also um Mehrwerte auch zu schaffen sozusagen. Und für, ich sag mal, kapitalistische Mehrwertproduktion brauchst du eben halt ein funktionierendes Verkehrsnetz. Also da finden Kinder kaum irgendwie in irgendeiner Art und Weise Berücksichtigung. Ja, in der Straße, in der wir gerade sitzen, diese Folge aufnehmen, bin ich auch aufgewachsen. Und wir konnten noch ziemlich gut hier Fußball auf der Straße spielen, weil es einfach nicht so viele Autos gab. Und jetzt ist es fast unmöglich, wenn man nicht alle fünf Minuten gegen irgendein Auto treten will. Ja, das war bei mir ja nicht anders. Das ist richtig. Aber das ist ja nur ein Markierungsmaß. Ja, aber so einer, der irgendwie auch deutlich wird, wenn man sich jetzt nicht so tiefgehend damit beschäftigt, dann muss man nur mal ein Luftbild von vor 30 Jahren mit einem Luftbild von heute vergleichen. Dann sieht man das eigentlich sofort. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es noch viel tiefer gehende Herausforderungen gibt oder eben Defizite der Mitbestimmung. Absolut, ja klar. Also wenn wir beispielsweise auf dem politischen Handlungstableau Kindern mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten geben wollen, sondern fällt mir eigentlich immer wieder auf, dass auch eben halt diese Form des Entscheidens, also wie Entscheidungen herbeigeführt werden, ja auch nicht kinderfreundlich sind, sage ich mal. Also Deutschland ist nun mal ein, nicht zurückliegend betrachtet, nicht gerade ein sehr kinderfreundliches Land. Und es hat sich einiges getan, würde ich sagen. Aber nichtsdestotrotz hat man doch immer das Gefühl, dass eben viele Verfahren, die wir hier haben, nicht gerade auch auf die Interessen von Kindern Bezug nehmen, sondern eigentlich eher von Erwachsenen. Also Gremien, Papier, Sitzungen werden dann so auf Kinder irgendwie übertragen, indem man Kinderparlamente oder sowas bildet, die dann genauso arbeiten sollen wie die Erwachsenen und dann auch nicht ernsthaft Entscheidungen treffen, sondern Entscheidungen treffen, üben. Aber das ist wie ein Freundschaftsspiel im Fußball. So im Grunde genommen ist es was anderes, wenn du eigentlich denkst, naja das Ergebnis ist so relevant jetzt nicht, außer vielleicht, dass es irgendjemanden erfreut oder so. Aber es verändert nichts. Und nur wenn ich ein ernstes Pflichtspiel habe, weiß ich, es gibt Punkte und die zählen am Ende. Und das ist oft so der, was ich so erlebe, der Malus, wenn man irgendwie solche Parlamente einrichtet, wo Kinder mal ein bisschen was spielen sollen. Naja, also ich würde sagen, dass diese Formen von Beteiligung sehr situativ abhängig sind. Ja, okay. Und dass man, also es macht auch schon Sinn, das in Gremien auch einzuüben, weil unsere Gesellschaft ja auch so entscheidend politische Entscheidungen herbeiführt. Ja, keine Frage. Aber diese, ich sag mal, Bedarfe und Bedürfnisse, die Kinder formulieren, resultieren eigentlich aus ihrem situativen Geschehen heraus. Und ich glaube auch, dass sie dann auch dafür auch einstehen können, wenn man sie da auch sozusagen abholt. Und wenn man das jetzt, sag ich mal, als Konsequenz sieht oder als eine Realität sieht, wie Kinder denken und handeln, dann bräuchte es eigentlich eher so ein, wenn man, naja doch, dann bräuchte es eher so Entscheidungsmöglichkeiten, wo man als Erwachsener dann doch diese Bedarfe und Bedürfnisse wahrnimmt, aufnimmt. Also sozusagen stellvertretend beispielsweise dann einbringt in Politik oder eben halt andere Formen von politischem Handeln einfach mal ausprobiert und experimentiert. Also um halt zu gucken, hey, wie kinderfreundlich ist eigentlich diese Politik oder auch wie jugendfreundlich. Also das ist ja auch nochmal. Ja, ja, ja. Wenn wir nochmal rauszoomen aus der Zielgruppe oder Bevölkerungsgruppe Kinder auf die gesamte Gesellschaft, ein anderes Schwerpunktthema, das du hast in deinen Arbeiten, ist irgendwie Demokratie. Was würdest du sagen, sind demokratietheoretische Themen, mit denen du dich befasst, die es wert sind, jetzt hier im Podcast nochmal kurz besprochen zu werden? Ja, ja. Demokratietheoretische Aspekte. Also ich will jetzt nicht über die Demokratietheorien an sich sprechen, mit denen ich mich da befasse, sondern vielleicht eher so die gesellschaftliche Praxis in den Fokus rücken, die da vielleicht auch von Bedeutung ist. Also weil ich beschäftige mich schon nicht nur in Bezug auf Kindheit mit dem Thema politische Subjektivität, also wie Menschen zu politischen, politisch handelnden Menschen werden oder sind auch. Also geht ja nicht nur um das Werden, sondern immer auch um das Sein von Subjekt. Das war ein sehr philosophischer Satz jetzt. Richtig. Und da beschäftigt mich das schon. Und da bin ich auch tatsächlich dann wieder bei dem Alltag. Politik hat ganz viel mit Alltag zu tun, weil das, was politisch gemacht wird, also auch politisch entschieden wird, hat häufig ja auch Ein- und Auswirkungen auf unseren Alltag, also auf das Leben aller. Und tatsächlich ist es dann, wenn ich demokratietheoretisch denke, denke ich immer erst einmal an den Alltag. Und daher beschäftige ich mich, wenn ich demokratietheoretisch arbeite, immer auch erst einmal mit dem Alltag. Also alltagstheoretische Aspekte sind für mich da der Hinsicht von großer Bedeutung. Das heißt also, das Politische, würde ich sagen, oder diese Form der Politik, mit der ich mich beschäftige, ist nicht eingebettet in dem politischen System an sich. Weil Politik findet nicht nur in dem politischen System statt, sondern tatsächlich ja auch in der Gesellschaft. Also auf der Straße, in der Schule, auf der Arbeit. Und das sind eben halt diese Dinge, die mich interessieren, weil sie so alltäglich sind. Was können wir daraus lernen? Naja, dass zum einen durchaus, und das sehe ich immer wieder, Menschen, GestalterInnen von Politik und Gesellschaft sind, auf der einen Seite. Und dass sie auch diese Kraft und Macht haben, wenn sie sich gut organisieren. Sowohl im Guten, als auch im Schlechten, könnte man sagen. Und auf der anderen Seite sind wir immer auch das Ergebnis der gesellschaftlichen und auch politischen Lage und Entscheidung, muss man sagen. Hast du da eine Beobachtung hier konkret für Fröndberg? Ja, wenn man sich die politische Lage anschaut, ist es schon so, dass die Europawahlen uns alle sehr erschrocken haben, muss man sagen. Aber sie auch einiges zum Ausdruck bringen. Also, dass viele Menschen durchaus auch in ihrem Alltag sehr unzufrieden sind. Und wir wissen aus Studien, und ich habe mich beispielsweise auch empirisch sehr stark und viel mit dem Thema Angst beschäftigt und Angst und Unsicherheit. Und da kommt eben halt auch von vielen Menschen zum Ausdruck, dass sie nicht wissen, was in 10, 20 Jahren ist. Und wünschen sich natürlich mehr Sicherheit. Wir haben aber eben eine gesellschaftliche Lage, die davon geprägt ist, dass viele Arbeitsverträge in einigen Bereichen total prekär sind. Das ist ein Aspekt. Ich glaube, diese Sicherheit, nach der viele schreien, die hat es vielleicht nie gegeben, weil ja immer Dinge im Fluss sind. Also subjektiv vielleicht, aber objektiv. Ja, gut, Sicherheit ist immer auch, oder die, ich sage mal, die soziale Sicherheit ist natürlich auch immer, das ist nicht nur ein Gefühl, sondern das ist ja auch immer strukturell bedingt. Das heißt ja eben halt auch, dass durchaus auch politisch Strukturen geschaffen werden können, die diese Sicherheit vermitteln. Aber diese haben wir jetzt in der Hinsicht momentan nicht. Ja, verstanden. Wir leben alle als Menschen gefühlt und auch real in einer Anreihung von Krisen. Also das heißt, dass eigentlich unser gesellschaftliches Leben von einem Dauermodus der Krise geprägt ist und wir darin uns auch als Gesellschaft entwickeln. Und das führt zu Angst und Unsicherheit. Und da erinnere ich mich immer an Erich Fromm, der über die, aus einer psychoanalytischen Perspektive sich mit der Furcht vor der Freiheit beschäftigt hat. Und darin ist durchaus auch, er hat sichtbar gemacht, genauso wie Adorno, dass Menschen, wenn sie Angst und sich unsicher fühlen, beispielsweise in die Konformität flüchten. Das ist beispielsweise die Erfahrung, die aus dem Faschismus oder in die Destruktivität flüchten oder in das Autoritäre. Also das heißt beispielsweise, dass sie andere Menschen, die autoritäre Figuren darstellen in einer Gesellschaft, wie beispielsweise Hercule total anhimmeln, weil sie sich davon versprechen, eine Leitfigur für sich gefunden haben. Also perfektioniert hat Hitler das, der sich als eine starke Leitfigur beispielsweise auch präsentiert hat. Genau, dieses Unsicherheitsgefühl einzahlen. Ja, richtig. Aber das ist das, was glaube ich eben halt viele prägt, dass man mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, dass nichts sicher, zu 100% sicher ist oder nicht sicher ist. Und ich glaube, das ist das, was auch Einfluss nimmt darauf, wie Menschen sich politisch positionieren. Und das führt eben halt auch dazu, dass eben genau solche, ja, also auch aus der empirischen Forschung, dass solche, ich sag mal, rechtsextremen Ränder dann auch angesteuert werden. Also die linksextremen Ränder werden auch angesteuert, aber nicht so intensiv, weil die sich ja eben halt, ja, ich sag mal, selber total zerschossen hat. Und deswegen eben halt auch keinen Zulauf mehr bekommt. Ich merke, wenn man einem Philosophie-Professor bestimmte Fragen stellt, dann ist ganz fix viel Zeit rum. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt und würde tatsächlich dich jetzt eigentlich gar nicht abwürgen wollen. Aber ich würde noch gerne so ein aktuelles Zukunftsthema noch als letzte Frage stellen wollen, weil wir jetzt gerade so schön bei Beteiligungsformen waren, Partizipationen und irgendwie auch bei der Frage, was läuft in Gesellschaft gut und nicht so gut. Und jetzt auch bei Demokratie. Und wenn wir jetzt ins nächste Jahr gucken, dann sind Kommunalwahlen. Was ist deine größte Hoffnung für die Kommunalwahl 2025? Ja, dass Menschen sich für eine Gesellschaft entscheiden, auch politisch entscheiden, die, ich sag jetzt mal, ein solidarisches Miteinander ermöglicht und nicht mit politischen Parolen pariert, die von Ausgrenzung geprägt sind. Und das ist sehr abstrakt und allgemein beschrieben, aber ich glaube, anders möchte ich das nicht beschreiben, weil ich jetzt nicht auch dazu aufrufen möchte, dass man irgendeine bestimmte Partei wählt. Das macht einfach gar keinen Sinn. Aber ich glaube, dass wir eben halt ein Parteien-Spektrum brauchen, in dem Solidarität möglich ist. Und vor dem Hintergrund dieser ganzen Herausforderungen, vor denen wir stehen, brauchen wir einander. Und deswegen brauchen wir auch eine entsprechende Form der Politik. Das ist der soziale Aufruf von Carsten Schröder am Ende dieser Ruhräulen-Folge. Vielen Dank, lieber Carsten. Ja, gerne. Uff, ich muss sagen, mir raucht schon ein bisschen der Kopf. Ja, sind da schon ein bisschen philosophisch geworden heute teilweise. Ja, ich war ganz froh, dass es zwischendurch ein paar Beispiele gab, weil ich glaube, sonst wäre ich teilweise gar nicht mitgekommen. Aber schon ein krasses Bildungsniveau irgendwie, aber immer wieder auch sehr anschaulich und alltagstauglich erklärt. Das stimmt, mit den Emotionen und Gefühlen zum Beispiel. Das macht irgendwie nachdenklich. Ja, weil die eigenen Emotionen zu erkennen und zu wissen, was das für einen Einfluss auf meinen Handeln auch im professionellen Umfeld hat, mega wichtig. Mega wichtig. Ich habe auch richtig viel bei diesem Demokratie-Thema mitgenommen. Ist ja so aktuell wie nie. Ja, hat man leider auch an den Europawalergebnissen gesehen. Ja, dieser Wunsch nach Sicherheit, wo sich manche in die Autorität flüchten. Wobei ich die AfD jetzt nicht wirklich als Autorität ernst nehmen kann. Nee, aber viele tun das. Ja, Carsten macht aber auch ein bisschen Hoffnung, ne? Ja, genau. Er sagt, Menschen entscheiden sich für eine Gesellschaft, die ein solidarisches Miteinander ermöglicht und pflegt. Das ist ein Aufruf an uns alle. Ja, und das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes, folgt uns auf Social Media, schaut auf unserer Webseite roheile.de vorbei und lasst uns gerne auch Feedback da. Ciao, Kakao!